Ey, Devin, komm mal kurz. 1000 Euro für dich. 1000 Euro, wenn du den Bad Rock da abbaust. Ganz easy den Bad Rock abbauen, ja. Dann krieg ich 1000 Euro. Denkst du, du schaffst es? Du machst es! Was hab ich zu verlieren? Einfach nur den Block abbauen? Einfach nur den Block abbauen für den 1000er. Tja, das wär jetzt natürlich auch zu schön gewesen. 1, 2, 3. Sein. Dankeschön. Ciao, ciao. Dankeschön.